ich habe nur kein tasche ich mache ja genau das rohe fleisch eine futter aber ich auch hallo ich war nacht ja da hat er sich das supporter pack geholt er habe ich nicht nicht okay also da hast du es ausgewählt was noch fett und ich möchte auch gerade wenn man da krieg sachen suchen dann auch gesagt zumindest er hat er sich gefunden aber an schul ranzen also bitte dann gehen wir im norden hoch da ist auf der nächsten weiß gelben gabelung ist eine große stadt da gehen wir weiter mal links um 24 oder was über uns genauer norden über unser wasser und dann gehen wir wieder zum strand drüber aber der auf d4 dann den ganzen großen stadt also auf c4 deutsch haben die weiße straße nach oben mehr die häuser für ein basti zeigst du hast ja mal platz kriegt da rennen dann aber du musst aber auch wenn du jetzt die waffe wegpacken würde komplett weg oder so dann will er die wieder in die tasche hauen wenn du kein platz hast für die waffe ist das am boden das heißt du musst immer für die pistole vier plätze freihalten auch wenn du die mal drin wieso habe ich durchfall die rennen und weiter weiter im vollen rennen bleibt er stehen und hat sich was eine jetzt nichts mehr ich suche gerade aber irgendwas zum zum heilen aktiv kohle habe ich meine zwei eine und fertig wo lang muss ich denn Schaut die Map, wo der nächste Entspiel ist, mit den Orangenkopf. Ich gehe gerade zu dieser weiße Straße nach oben und dann hast du eine kleine Abbiegung. Pass nicht da vorne die Hälfte oder gehen wir jetzt mal rein? Nein, gehen wir gleich ganz in die große Stadt. Wir können ja alles mitnehmen, das ist ja nicht so, wir sind ja auf dem Weg. Da hat zum Beispiel schon mal eine Schaufe. Ah ja, passt, ich tue nie irgendwas wieder. Ich habe so schon meinen Beerspaßschläger und meinen Polizeischlagstock verloren. Nein, ist das eine Axt? Oh, wie viel Platz braucht ihr? Eine Axt, da ist eine Axt aneinander will, gell? Ich habe eine. Moment, Moment, hole ich mal gleich. Kann ich die nicht tragen, oder wie viel Platz hast du hier? Hey, da ist eine Spitzhacke. Braucht jemand eine Spitzhacke? Ja, da ist Rom, da kannst du Wein pflügen. Da ist eine Spitzhacke, falls jemand eine zweite Waffe braucht. Ich habe keinen Plan, was ich da jetzt verhalten soll. Was? Achtplätze will ich? Wer braucht acht Plätze? Die Axt. Ja, den trage ich nur in der Halfter, weil... Alter, scheiße, der auf den Kochtopf geht fast auf den Arsch. Den kannst du nicht in der Hand tragen, den trage ich einfach immer in der Hand. Ach, ich bin ein Trottel, Halfter. Was heißt Halfter? Ja, einfach in meinen zweiten Slot. Ich habe ja nur ein Gewehr. Ach so, okay, ja. Da kann ich zum Beispiel halt nicht nehmen, weil ich habe halt zwei Waffen in meinem Hals. Da hat nichts mehr eine. Die Müllsäcke, die so rumliegen, musst du auch immer durchsuchen, gell? Ja. Wie ein Kochtopf. Ich brauche aber einen Plastik-Ding. Ich meine Reis kochen, Trink-Champ-Champ. So, da vorne sind auch noch Dings. Da vorne sind auch noch Häuser. Ja, ja. Das wird schon Richtung Norden hochgehen, oder was? Äh, nur ein bisschen von vorne an die Straßen, was du? Ich renge weil ganz hoch. Ich mache hier draußen quasi, wo du schon wieder, wo du schon wieder durchlootet hast. Ey, das ist für fach... What? Ja, da ist ein 9er-Money, gell? Wenn du irgendwo her findest. Und das brauchst du? Ich brauche, ja. Ich habe selber nochmal eine... Ich habe eine Patronung nochmal eingesteckt. Ja, ich habe sie immer noch. Ich habe 30. Das ist meine einzige Waffen, die ich benutzen kann, weil ich kein Magazin für das Gewehr habe. Ich habe 30 Schuss. Ich habe auch... Weil der Arme in der Pfanne gebückt rennt, weil er sich reingeschissen hat. Hehehehe. Hehehehe. Ich möchte einen ganz großen Rucksack haben und fertig. Mal finden, in meinem Fall. No items found, no items found. Leder, okay. Interessant. Die Rucksack. Okay. Okay. Du kannst einen kleinen Leder-Rucksack draus bauen. Ich habe in der Theorie irgendwie alles nachhauen dazu. Und in der nächsten Season of The Walking Dead. Hast du noch mehr Lumpen? Lumpen? Lumpen, ja. Lumpen. Ich habe für alles weggeschmissen. Ich habe nur aus der Bioteca essen und... Und hätte denn Bastian keinen Rucksack bauen können? Äh... Lumpen, 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 na. Nichts mit Lumpen. Na, leider nicht. Aber in den nächsten Häuser liegen sie irgendwo wie Klamotten. Die Krämer, ja. Zerreißen, ja. Mh. Lumpen, ja. Schau dich mal einfach weiter her. Ja. Bei mir liegt ein Bini. Ja, guck an. Nicht zu kalt am Kopf. Zerreißen und Lumpen draus machen. Mach die Falten auf, du. Was macht die Falte auf? Ja, die scheiß Tier geht nicht auf. Warte, die Heimer zu einer Frau sagt. Mach die Falte auf. Search for Steiner. Nee, nee, will ich nicht. Hä? Ich krieg da die Tür nicht auf. Welche denn? Die hier bei mir. Weil du rennst gegen einen Zaun. Mach mal die Tür auf, ne. So, du rennst gegen einen Zaun, Heimer. Was? Du rennst gegen einen Zaun. Ja. Na, warum? Ich lauf da ganz normal. Mich schmeißt es gleich, oder? Du rennst bei mir gegen einen Zaun draußen. Interessant. Wie Meeressalz gefunden. Dun dun dun. Wer ist das so gefunden? Meeressalz? Meeressalz, ja. Soll ich mal re-loggen auf den festen Orders? Ja, ja. Ja, na. Oh, komm her. Ich bin schon von der Langschmissen worden. Äh, Basti, komm her. Warte mal, ich hab meine Mütze. Nee. Warte mal. Wo ist das jetzt hin, was Arten? Jungs, Anna muss mich dann wieder einladen, gell? In Squat. Ja. Bei mir im Haus da ist, äh, eine Hüfttasche. Ich mach mal eben kurz hier, äh. Kühlschrankflug sucht. Ich hab's für einen Squat, dein Land, Squat, dein Land, Squat, dein Land, Squat, dein Land. Ja, ja, ja. Ich habe im Zentral vorbei gefunden. Neues. Alles mitnehmen. Nein. Nein. Ein Dosenöffner habe ich gefunden. Ja, den brauchst du auch, dann kannst du die ganzen Dosen Sachen aufmachen. Kein Platz mehr. Feuerstahl pack ich jetzt mal weg, oder? Was? Feuer? Feuerstahl? Ja, die kannst du auch verwenden. Ach so. Oder ist Pflanzenöl? Toll. Genau, das kannst du alles verwenden. Ah, okay, was blau mit diesem blauen Zahnrad ist, kann man alles auswählen, entweder oder, oder mit dem Fleisch, oder mit dem grün, entweder oder, ne? Ja. Na, das grün ist, 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 ist. Entweder oder ist es immer. Ja, dann muss ich gerade feststellen, dass auf einmal mein... Was ist denn los? Machen wir wiederum, Herr Bastian. Ja, ne? Ja, ne? Ein bisschen wundern, wie das Ganze funktioniert. Erstmal hier mit dem, weil auf einmal ist der... Penicillin-Metzen-Brause. So, wo war... Im Haus daneben, im Kleinen, im Schlafzimmer, in der Kommode. Ist eine Hüftasche. Ah, Jungs, wenn wir Schild darstellen, dann wird das auf der Web angezeigt. Ok. Und? Hier hat er. Ne, das ist sechs weitere Plätze. Normalerweise. Dann kann ich das Zeigen da auch mal reinpacken. Oh, zu wenig Stücke hat das hier. Ja, ich fahre auf, oder? Bei mir mit der Schild zu bauen und sehen uns die ein. Oder sieht das dann jeder? Nein, das ist nur du. Oh, kommst du dir dieses Flugzeug, aufpassen. Ist egal, ist dort ja nix. Ich weiß. Er gibt nur die Position weiter. An wen, ja? Ja, an wen. Komm, die Roboter haben auch angeflogen. Mein Name hat jetzt halt ja die ganze City da durchflutet. Wow, und was kann ich tragen? Ich kann ja da noch was tragen, also kack dich nicht an. Der verfolgt mich. Ja, der will Foto machen. Paparazzo. Ich sah eine Paparazzo. Ein M9 Magazin. Warte, hab ich Unterflag gefunden? Für dich? Hast du die Unterflag hast du das an uns hier, gell? Ja, sagst du ein Blödsinn. Was sagt er? Eine Unteröse haust ich hier für dich. Eine Unteröse? Yes, eine Unteröse. Wo bist du überhaupt? Äh, warte zur gelben Straße City. Rechte Seite. Das Haus gleich. Mit dem, was einzäunt ist. Legst du am Sofa gleich, wenn du reinkommst. Ich weiß gar nicht, wo du bist, aber ich hoffe, ich werde in die richtige Richtung. Es ist ein bisschen doof gemacht, dass du da nicht, äh. Ah, da ist er Thompson. Ein Zombie ist links von euch. In den Wald, würde ich gerade in den Wald reingehen. Eben, Hunter Berg. Hallo Thompson. Hallo. Einmal hier rein, dann hast du gleich auf dem Sofa die Unterhose liegen. Soll ich einmal machen? Handziehen. Im Kopf am besten. Und rüberziehen. Ich hab da auch zwei Plätze. Körn, Schweinchen. Körn, Schweinchen. Ich will ein Pferd retten. Oh, gut Schwein, gut Schwein. Oh, oh. Oh, ich hab da Stiefel für dich. Basti, komm mal her. Das ist ein Fickme Stiefel oder was? Ja, ja. Pinke Armee Stiefel hab ich da für dich. Mit Blümchen drauf, schau. Hey. Oh ja. Kannst du auch einen Spaten von mir haben? Du musst schauen, eventuell kannst du gar nicht ein Messer reinstecken, wenn du das mal hast. Oh, du hast eine... Du hast eine... Du hast eine... 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 Und jetzt gehen wir dann zu großen? Oder was? Das ist ein... Lumpen. Ja, dann gehen wir ganz nach oben. Ja, da liegt ein Gewehr. Braucht jemand ein Gewehr? Ein Huntergewehr. Ein Huntergewehr 55. Danke. Trinkst mir nichts. was ich brauche ich brauche ein magazin für mein fucking ding oder für mein swd oder was ist mein vss in dem fall da liegt eine trainingsjacke für ein basti wenn er mag und ein shirt wieder ausgerüstet daher auch lunken wo ich stehe noch immer da wo ich stehe wo steht der potty muss da soll liegen als zehn cola koste haben was für magazin brauchst du hast du gesagt srw braucht dahinter hat hier ist es schon mal wieder m9 magazin das ist cool als kristall aufkloppen und das ist die trage noch ob sie aber ich bräuchte munitionswahrer 20 munition für die waffen thompson passen du hast noch ein paar was habe ich zwar 20er kaliber ich hab viele schuss zuhörer 20 oder was also ich schotte ist eigentlich der game da dankeschön ok ich habe auf jeden fall ein handgun also ich habe ein drago noch soviel kann ich sagen ich habe ein drago noch sehr gut dankeschön dann gib mir ganz nach oben oder man sagt ja pepsi cola schon an was du mit einer cola was da getrunken hast aber immer nur einschuss dann gehen wir zur city die da auf dem spitz ist nach richtung westen ok und dann arbeiten wir in richtung d4 ganz hoch also da wo die richtige ja wir können auch ganz links dann auch bei c4 und dann nach oben nach d4 nach c4 unten nach c4 nach gehen wir nach wendern und bleiben d4 ganz hoch so ist ja auch eine große city da unten ist die auslassen jetzt also das untere müsste eine militärbasis sein weil es so weiß umgezäunt ist ja dann gehen wir jetzt dann dort zu dem zipfel zu der zipfel oh das ist Wasser lol da wird fast ins Wasser reinkrafen ja mein gut dann wird es dort nass ja da muss ich ein lagerfeuer machen oh und muss ich ausziehen nein brauchst du nicht weil es ist sonnig also laufen wir jetzt zuerst der zipfelpass ist und dann zur Seite oder was jawohl das ist ein bär ich will ich will einen bär töten dann ist das ein bär über 30 ok dann legen wir uns mal hin und tun wir mal was dauern wie legt man sich hin auf den x ich lege es ich habe ich habe immer nicht gehört bei mir ich bin mal gewöhnt das sagen fressen wir halt ein kilo sogar ein bisschen gerade also weil jeder pause macht ja ja das müsste ja wieder mal machen ja wahrscheinlich schon ich habe ein pferd bei mir ja bei mir ist ein flug ding naja das höre ich auch drucken wir uns ein wenn der scheiß rinde eintritt ja halt die pappen durch flugding was hast du mit der tragen noch ein aufball anreißen voller als würdest du gerade auf gemühe gefährden aha es gehen sowas nicht los ähm ähm kohlenhydrate gehen für mich gerade mal oben machen wir immer du musst schauen was der gott verdaut Das ist eine Militärbasis. Das kleine Zipfel ist eine Militärbasis? Ja, und da geht ein großes mechanisches Teil rum. Nicht gut.